Der Einhell Bohrhammer TCRH283F ist ein wahres Multitalent für Heimwerker, die auf der Suche nach einem leistungsstarken und vielseitigen Werkzeug sind. Aber was macht dieses Modell so besonders? Schauen Sie uns die Details an. Der Einhell Bohrhammer vereint Effizienz mit einer komfortablen Handhabung und ist somit ein idealer Begleiter für vielfältige Augebaden rund um das Haus und den Garten. Was sofort ins Auge fällt, ist seine robuste Konstruktion. Mit einem soliden Metallgetriebe und einem stufenlosen einstellbaren Bohrtiefenanschlag aus massivem Metall bietet dieser Bohrhammer nicht nur Langlebigkeit, sondern auch präzise Kontrolle bei Bohrarbeiten. Dank des pneumatischen Schlagwerks bohrt sich das Gerät mühelos in harte Materialien wie Beton oder Stein und das mit einer maximalen Bohrtiefe von bis zu 28 mm. Der kraftvolle Motor mit 950 Watt sorgt für ausreichende Durchschlagskraft bei Hammerbohrarbeiten, während die Feinregulierung der Drehzahl ermöglicht, auch empfindliche Materialien gezielt zu bearbeiten. Einer der herausragenden Punkte ist die ergonomische Gestaltung. Der Softgrip-Handgriff liegt angenehm in der Hand und minimiert Vibrationen, was längeres Arbeiten ohne Ermüdung ermöglicht. Darüber hinaus bietet der Zusatzhandgriff dank der Verrippung Fastenhandelt und Sicherheit selbst bei intensiven Meißelarbeiten. Die SDS-Plus-Werkzeugaufnahme ist halbautomatisch, was den Wechsel von Bohrern und Meißeln besonders einfach und schnell macht. Sicherheit wird durch die Überlast-Rutschkupplung gewährleistet, das Risiko von Rückschlägen bei blockiertem Werkzeug minimiert. Das 2 Meter lange Stromkabel sorgt für ausreichende Bewegungsfreiheit auf der Baustelle. Geliefert wird der Bohrhammer in einem praktischen RE-Box-Transport- und Aufbewahrungskoffer, sodass das Gerät sicher verstaut und transportiert werden kann. Eine tolle Ergänzung für alle, die häufig zwischen verschiedenen Arbeitsorten wechseln müssen. Neugierig geworden? Schau dir die Beschreibung unter dem Video an und klicke auf den Amazon-Link, um dir den einen Einhell zu sichern. Kein Produkt ist perfekt und auch der Einhell hat seine Schwächen. Gewicht, mit fast 5 Kilo schwer zu handhaben, Lautstärke, relativ laut bei Nutzung und Kabellänge, 2 Meter Kabel kann kurz sein. Doch nun zu den Stärken des Geräts, die die Nachteile schnell in den Hintergrund rücken. Vielseitigkeit, drei Funktionen in einem Gerät. Leistung, 950 Watt und 3,5 Joule Schlagkraft. Ergonomie, angenehmer Softgrip und Design. Schneemer CH-SDS Plusaufnahme. Sicherheit, überlast Rutschkupplung, schützt vor Rückschlägen. Der Einhell ist zweifellos ein leistungsstarker und vielseitiger Bohrhammer, der sich hervorragend für anspruchsvolle Arbeiten rund um Haus und Garten eignet. Wenn Sie auf der Suche nach einem Werkzeug sind, das stark genug ist, um auch in harten Materialien wie Beton problemlos zu arbeiten und dabei noch komfortabel in der Hand liegt, dann ist dieser Bohrhammer genau das richtige für Sie. Hat Dir der Review gefallen, dann vergiss nicht einen Like da zu lassen, den Kanal zu abonnieren und Deine Meinung in den Kommentaren zu schreiben. Schau außerdem in der Beschreibung und hol Dir Deinen Einhell über den Amazon-Link. Bis zum nächsten Mal!